Hallo everyone. Growing up in my family gives you a certain sense of history. I'm simply the latest in a line that can be traced back generation. Es ist Zeit anzufangen. Dies wird das erste Geheimnis über William sein, das nur einigen wenigen Personen bekannt ist. Nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen weiß, dass Prinz William einen etwas merkwürdigen Spitznamen trägt, der ein Erbe seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, ist. Die meisten Menschen kennen Prinz William als den zukünftigen König von England oder einfach als Prinz William. Die schöne Geschichte von Prinz Williams Spitznamen Wombat, der eine herzerwärmende Verbindung zu seiner frühen Kindheit hat, wurde von ihm in einem Interview mit NBC News im Jahr 2007 enthüllt. Laut Prinz William erhielt er den Spitznamen zum ersten Mal, als er gerade zwei Jahre alt war. Als der junge Prinz mit seiner Familie nach Australien reiste, gab ihm seine Mutter den Spitznamen Wombat, den sie für sehr passend hielt. Bei der Entscheidung für den Spitznamen ging es nicht um die physische Ähnlichkeit, sondern um eine sentimentale Verbindung zu den einheimischen Tieren, die in Betracht gezogen wurde. Der Wombat, ein in Australien beheimatetes Beuteltier, war Teil der kulturellen Erfahrung, die sie während ihrer Reise machten. Und der Name des Tieres ist seither ein Wort der Zuneigung. Als Prinz William nach den Ursprüngen des Namens gefragt wurde, sagte er, dass er ihn erhielt, als er zwei Jahre alt war. Da ich nicht in der Lage bin, mich so weit zurückzuerinnern, wurde mir dies mitgeteilt. Diese Aussage weist darauf hin, dass der Spitzname auf die Erfahrungen zurückgeht, die er in seiner frühen Jugend gemacht hat. Und die Herzlichkeit, mit der Prinzessin Diana ihn verwendete, zeugt von ihrem freundlichen und humorvollen Temperament. Mit einer Prise Humor sagte der Prinz, es liegt nicht daran, dass ich wie ein Wombat aussehe oder vielleicht doch. Was darauf hindeutet, dass er sich des eigentümlichen Charakters des Spitznamens und der freundlichen Wurzeln des Begriffs bewusst war. Der Spitzname Wombat war nicht nur ein Scherz, der innerhalb der Familie von Generation zu Generation weitergegeben wurde, sondern er stand auch für die enge und liebevolle Beziehung zwischen Prinz William und seiner Mutter. Prinzessin Diana war für ihren freundlichen und ehrlichen Erziehungsstil bekannt. Und ihr humorvoller Spitzname steht für die liebevolle und lockere Seite ihrer Beziehung zu ihren Jungen. Prinzessin Diana war für ihre herzliche und bodenständige Art der Erziehung bekannt. Im Laufe des Gesprächs leistete Prinz Harry, der jüngere Bruder von König William, einen humorvollen Beitrag zur Erzählung, in dem er eine Frage beantwortete. In einer heiteren Art und Weise machte er die Andeutung, dass der Spitzname in Wirklichkeit ein Produkt von Williams offensichtlicher Lethargie sei, in dem er sagte, dass er immer noch sechsmal pro Stunde krabbelte. Diese scherzhafte Bemerkung lenkt die Aufmerksamkeit auf die enge und spielerische Beziehung zwischen den Brüdern und verleiht der herzlichen und lustigen Dynamik innerhalb der Familie noch mehr Tiefe. Eine junge Besessenheit von Supermodel Cindy Crawford gibt einen Einblick in Prinz Williams frühe Schwärmerei für Prominente. Dies ist der zweite Punkt, von dem Sie vielleicht noch nichts gehört haben, und er ereignete sich lange vor Prinz Williams' Beziehung zu Kate Middleton. Es ist eine reizvolle Geschichte aus Prinz Williams Kindheit, die von dieser frühen Verehrung handelt. Sie zeigt sowohl seine Begeisterung als auch die Anstrengungen, die seine Mutter, Prinzessin Diana, unternahm, um seinen Traum zu verwirklichen. Als Prinz William gerade 13 Jahre alt war, schwärmte er für Cindy Crawford, das bekannte amerikanische Supermodel, das damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand. Seine Gefühle für Crawford waren so stark, dass er sie seiner Mutter, Prinzessin Diana, anvertraute. Seine Verehrung für Crawford war so stark. Aufgrund dieser Entdeckung gelang es Prinzessin Diana, ein denkwürdiges Treffen zwischen ihrem Sohn und seinem Lieblingsstar zu arrangieren. Prinzessin Diana lud Cindy Crawford in den Kensington-Palast ein, wo der junge Prinz die Gelegenheit hatte, sie zu treffen. Damit wollte sie ihrem Sohn die Möglichkeit geben, sie zu sehen. Dieses Arrangement zeigte, dass Prinzessin Diana in der Lage war, die Kluft zwischen der Welt des Königshauses und der Welt der Prominenten zu überbrücken und war nicht nur ein Beweis für ihr Engagement für das Glück ihrer Kinder, sondern auch für ihre Fähigkeit, die Kluft zu überbrücken. Wahrscheinlich war die Begegnung zwischen Prinz William und Cindy Crawford sowohl aufregend als auch unvergesslich. Es war eine Gelegenheit, mit einer der schillerndsten Persönlichkeiten der damaligen Zeit ins Gespräch zu kommen. Andererseits musste Cindy Crawford feststellen, dass die Begegnung nicht ohne Schwierigkeiten verlief. Crawford erinnerte sich an ihre Erfahrungen beim Besuch des Kensington Palace und der Begegnung mit Prinzessin Diana in der Serie No Filter with Naomi, die Naomi Campbell erstellt und auf YouTube hochgeladen hatte. Crawford gab zu, dass sie sich eingeschüchtert fühlte, obwohl sie weltweit eine legendäre Persönlichkeit ist. Sie fügte hinzu, ich war so überwältigt von der Tatsache, dass ich die Gelegenheit hatte, Prinzessin Diana zu treffen und dass ich im Kensington Palace war. Sie erwähnte auch, dass sie sich so absolut geerdet fühlte. Die Tatsache, dass Crawford mit der Etikette des britischen Königshauses nicht vertraut war, machte den Besuch noch komplizierter, was Crawfords Gefühle der Beklemmung noch verstärkte. Die wenigsten Menschen wissen, dass Prinz William eine wichtige Rolle spielt, die über seine direkte Position in der Thronfolge des Vereinigten Königreichs hinausgeht. Seit Februar 2010 ist er Präsident der British Academy of Film and Television Arts, auch bekannt als BAFTA. Diese angesehene Position unterstreicht sein Engagement für die Kunst und seine Teilnahme an hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen. Als Präsident der British Academy of Film and Television Arts, BAFTA, hat sich Prinz William sehr für die Förderung und Unterstützung der britischen Film- und Fernsehindustrie engagiert. Es ist klar, dass er ein langjähriges Interesse an den Künsten hat, wie seine Beteiligung an der Organisation zeigt. Und es zeigt auch sein Engagement für die Verbesserung des kulturellen Umfelds des Vereinigten Königreichs. Seine Führungsrolle zeichnet sich durch seine ständige Anwesenheit bei den jährlichen Preisverleihungen der British Academy of Film and Television Arts, BAFTA, aus, die er und seine Frau Kate Middleton oft gemeinsam besuchen. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen zeigt nicht nur ihre Unterstützung für die Kunst, sondern steht auch im Einklang mit den größeren philanthropischen und gemeinnützigen Initiativen, an denen sie beteiligt sind. In seiner Rolle als Präsident der British Academy of Film and Television Arts, BAFTA, leistete Prinz William einen wichtigen Beitrag zur Verleihung der BAFTA Awards im Jahr 2020. Sowohl der Inhalt seiner Rede als auch die Art und Weise, wie er sie hielt, erregten große Aufmerksamkeit und sorgten für Schlagzeilen. Prinz William sprach in seiner Rede das Thema Vielfalt in der britischen Filmindustrie an und forderte eine umfassendere Vertretung in der Film- und Fernsehindustrie. Seine Worte machten deutlich, wie wichtig eine größere Vielfalt in der Film- und Fernsehindustrie ist und wie wichtig diese Vielfalt in der Kunst ist. In dieser Erklärung zeigt sich das Engagement für fortschrittliche Prinzipien und sozialen Wandel. In seiner Ansprache sprach sich Prinz William nicht nur für Vielfalt aus, sondern auch für eine Prise Komik und Selbsterkenntnis. Auf lockere Art und Weise machte er einen Witz darüber, wie oft Mitglieder seiner eigenen Familie in Filmen und im Fernsehen dargestellt worden waren. Da er in den letzten zehn Jahren als Präsident der British Academy of Film and Television Arts tätig war, erklärte er, »Ich bin besonders stolz, heute Abend hier zu stehen. Dennoch muss ich gestehen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich mich über die Anzahl der Preisträger der letzten zehn Jahre, die in diesem Zeitraum Mitglieder meiner eigenen Familie dargestellt haben, freuen oder ein wenig erschrecken sollte. Mit dieser Bemerkung hat er nicht nur seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, auf humorvolle Weise mit dem Publikum zu interagieren, sondern auch die weit verbreitete Präsenz der königlichen Familie in anderen Formen der populären Medien anerkannt. Ein weiteres Geheimnis, das sie überraschen kann. Während seiner gesamten Laufbahn hat sich Prinz William zutiefst für andere eingesetzt und denen geholfen, die sich in einer schwierigen Situation befinden. Sein Engagement für verletzte und hilfsbedürftige Menschen ist durch seine Arbeit als Pilot bei der Royal Air Force, der königlichen Luftwaffe, der Search and Rescue Force und später bei der East Anglian Air Ambulance gut dokumentiert. Ein persönliches Erlebnis aus seiner Jugend steht in faszinierendem Gegensatz zu der Tatsache, dass er sich beruflich auf die Notfallhilfe konzentriert. Prinz William hatte selbst eine schwere Verletzung, als er gerade neun Jahre alt war. Diese Verletzung ereignete sich in einer Umgebung, die sich von den harten Bedingungen, mit denen er später in seiner Karriere als Pilot konfrontiert werden sollte, stark unterschied. Im Gegensatz zu den Drucksituationen, in denen er in seinem späteren Berufsleben ausgesetzt war, ereignete sich das Ereignis auf einem Golfplatz, also in einer ganz anderen Atmosphäre. Berichten zufolge ereignete sich der Unfall, als Prinz William mit einem Begleiter Golf spielte, wie der Prinz erklärte. Ich spielte mit einem Kumpel Golf, als ich von einem Golfschläger getroffen wurde, sagte er in einem Interview mit Newsround. Er schilderte den Vorfall und erzählte die Einzelheiten des Vorfalls. Als nächstes waren wir auf dem Putting Green und plötzlich tauchte aus dem Nichts ein Siebenereisen auf und traf mich am Kopf. Da der Schaden schwer genug war, musste ich einen Arzt aufsuchen, der mich schließlich operierte. Als Folge des Unfalls hat Prinz William nun eine sichtbare Narbe auf der Stirn, die er liebevoll als Harry-Potter-Narbe bezeichnet. Dieser Spitzname für die Narbe ist eine lustige Anspielung auf die Figur Harry Potter, die vor allem durch die blitzförmige Narbe auf seiner Stirn bekannt ist. Dass Prinz William in der Lage war, das Thema mit einem Sinn für Humor anzugehen, zeigt seine humorvolle Aussage über die Tatsache, dass die Narbe gelegentlich leuchtet. Es wird allgemein angenommen, dass Prinz William, wenn er den Thron besteigt, im Buckingham Palace wohnen wird und damit eine lange Geschichte britischer Herrscher fortsetzt. Seine persönlichen Vorlieben hingegen zeigen eine andere Seite des zukünftigen Königs, die sich durch eine ausgeprägte Vorliebe für das Leben am Meer und Aktivitäten im Wasser auszeichnet. Das Wave Project in Newquay-Cornwall wurde von Prinz William und seiner Frau Catherine, Herzogin von Cambridge, im Jahr 2016 besucht. Zur Unterstützung von Kindern, die mit Angstzuständen und anderen psychischen Problemen zu kämpfen haben, setzt die Gruppe das Surfen als therapeutische Methode ein. Während dieser Tour betonte William seine Begeisterung für das Leben am Meer mit der Aussage, Wir hätten unsere Neoprenanzüge mitbringen sollen. Ich bin unglaublich neidisch. Der ideale Lebensstil wäre es, am Strand zu wohnen. Seine Äußerungen spiegeln nicht nur seine Bewunderung für die Küstenlandschaften wider, sondern verraten auch ein Gefühl der Wehmut darüber, dass er während seines Besuchs nicht am Surferlebnis teilnehmen konnte. Hinter Prinz Williams' Liebe zum Meer und zum Surfen steckt mehr als nur eine zufällige Affinität zwischen den beiden. Die Anfänge seines Engagements für das Surfen lassen sich bis in seine frühen Jahre zurückverfolgen. Es wurde festgestellt, dass William im Jahr 2004, als er die St. Andrews University in Schottland besuchte, zu surfen versuchte, dass er bereits in so jungen Jahren erste Erfahrungen mit diesem Sport gemacht hat, zeigt sein Interesse an Wassersportarten und seine Bereitschaft, sich daran zu beteiligen, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet. St. Andrews, das für seine landschaftlich reizvolle Umgebung am Meer bekannt ist, bot einen geeigneten Hintergrund für Williams Surfambitionen und ermöglichte es ihm, sein schulisches Leben mit seiner Begeisterung für das Wasser zu verbinden. Die Leidenschaft des Prinzen für das Surfen ist nicht etwas, dem er während seiner Zeit an der Universität frönte. Surfen war eine der Aktivitäten, für die sich Prinz William während seines Junggesellenabschieds im Jahr 2011 entschied, der vor seiner Hochzeit mit Kate Middleton stattfand. Diese Wahl war nicht nur eine Demonstration seiner Begeisterung für den Sport, sondern auch ein Ausdruck seines Wunsches, seine eigenen Hobbys in wichtige Lebensereignisse einzubeziehen. Während seines Junggesellenabschieds, der offenbar in der Karibik stattfand, ging er surfen, was ihm die Möglichkeit gab, seine Leidenschaft für den Sport in einem weniger formellen und fröhlicheren Rahmen zu demonstrieren. Bekanntlich steht das von königlichen Pflichten und spektakulären Ereignissen geprägte Leben von Prinz William in krassem Gegensatz zu den Hindernissen, auf die er in seinem Privatleben gestoßen ist, insbesondere nach dem Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana. Der Verlust von Prinzessin Diana hatte enorme Auswirkungen auf ihn und zeigte den zukünftigen König von einer verletzlicheren Seite, obwohl er eine hochrangige Position inne hatte und öffentlich auftrat. Die tiefgreifende emotionale Wirkung, die der Tod seiner Mutter auf Prinz William hatte, wurde in dem von HBO produzierten Dokumentarfilm Diana, Our Mother, Her Life and Legacy öffentlich gemacht. Er bezeichnete das Erlebnis als unvergleichlich und sagte, dass es nichts Vergleichbares auf der Welt gebe. Um ehrlich zu sein, gibt es das auch nicht. Plötzlich scheint es, als ob ein Erdbeben das Haus, das Leben und alles andere erschüttert hätte, besonders für einen so jungen Menschen wie William, der zum Zeitpunkt des schrecklichen Todes von Prinzessin Diana im Jahr 1997 gerade einmal 15 Jahre alt war, beschreibt diese anschauliche Metapher die verwirrenden und seismischen Auswirkungen des Verlusts eines geliebten Menschen. Dies gilt insbesondere für jemanden, der damals noch so jung war. Der Prinz von Wales betonte das starke Gefühl der Zerrissenheit, das er erlebte, und beschrieb es so, als ob sein Geist in zwei Hälften geschnitten worden wäre. Die emotionale Erschütterung und die Schwierigkeiten, einen so großen Verlust zu verdauen, werden durch dieses eindrucksvolle Kunstwerk gut vermittelt. Die Bedeutung dieser Episode verdeutlicht die Schwierigkeiten, die William in seiner Jugend hatte, als er der intensiven Beobachtung durch die Öffentlichkeit und den Erwartungen der königlichen Familie ausgesetzt war. Die Einstellung von Prinz William, sich für die psychische Gesundheit einzusetzen, wurde maßgeblich von den lang anhaltenden Auswirkungen des Verlusts von Prinzessin Diana auf sein Leben beeinflusst. In einem Dokumentarfilm, der im BBC-Fernsehen ausgestrahlt wurde, erörterte er die kulturellen Ansichten, die die Menschen in Bezug auf Emotionen haben, insbesondere in Großbritannien. Er stimmte zu, dass es ein allgemeines Unbehagen beim Umgang mit psychischer Gesundheit gibt. Und er stellte fest, Ich glaube, dass wir, besonders in Großbritannien, auch nervös sind, was unsere Gefühle angeht. Es gibt Momente, in denen wir uns ein wenig gedemütigt fühlen. Diese Aussage lenkt die Aufmerksamkeit auf den Druck, der von der Gesellschaft auf den Einzelnen ausgeübt wird und der oft ein offenes Gespräch über das emotionale Wohlbefinden verhindert. Die traditionelle britische Version des Stoizismus, die manchmal als stiff upper lip, steife Oberlippe, bezeichnet wird und den Schwerpunkt auf die emotionale Kontrolle legt, wurde von Prinz William kritisiert. Er räumte zwar ein, dass es von Vorteil ist, angesichts enormer Widrigkeiten die Ruhe zu bewahren, plädierte aber für einen ausgewogeneren Ansatz. Die britische stiff upper lip ist in Ordnung und wir brauchen sie regelmäßig, wenn die Dinge wirklich schrecklich sind, fügte er hinzu. Aber normalerweise müssen wir uns ein wenig entspannen und in der Lage sein, über unsere Gefühle zu sprechen, denn wir sind keine Roboter. In seiner Erklärung wendet er sich gegen die Annahme, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, über seine Gefühle zu sprechen und plädiert für einen gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Offenheit in Bezug auf die psychische Gesundheit. Wie kommt es, dass Prinz William als ein einzigartiger Prinz gilt? Seine Geburt stellte eine subtile, aber wichtige Abweichung von den königlichen Gepflogenheiten dar, insbesondere in Bezug auf den Ort königlicher Geburten. Vielleicht haben sie den Eindruck, dass sie sich dessen nicht bewusst sind. Die Mitglieder des britischen Königshauses haben ihre Kinder traditionell von Anfang an zu Hause behalten. Eine Praxis, die in der Geschichte und den Konventionen verwurzelt ist. Mit der Geburt von Prinz William im Jahr 1982 begann jedoch ein neues Kapitel in der königlichen Geburtenpraxis, das sich auf die nachfolgenden Generationen auswirken sollte. Am 21. Juni 1982 wurde Prinz William im St. Mary's Hospital in London geboren, und zwar im Lindowing. Dies war der Ort, an dem die Geburt stattfand. Die Wahl dieses Ortes war insofern von Bedeutung, als es bis dahin nicht üblich war, dass Mitglieder des britischen Königshauses ihre Kinder in einer medizinischen Einrichtung zur Welt brachten. In der Vergangenheit fanden königliche Geburten häufig im Haus der königlichen Familie statt, was sowohl die historische Praxis königlicher Geburten als auch die symbolische Bedeutung des Palastes oder der Residenz als Ort königlicher Existenz widerspiegelt. Um nur ein Beispiel zu nennen, Königin Elisabeth II. wurde 1926 im Haus ihrer Großeltern in der Bruton Street 17 geboren. Alle ihre Kinder wurden jedoch im Buckingham Palace entbunden. Prinzessin Diana entschied sich für das St. Mary's Hospital, um ihren Sohn William zur Welt zu bringen, was eine Abweichung von der langjährigen Praxis darstellte. Dieser Schritt war typisch für Dianas moderne Einstellung zu ihrer königlichen Arbeit, die ein Gefühl der Zugänglichkeit mit der Erhabenheit des königlichen Lebens verbannt. Die Entscheidung bedeutete auch eine Abkehr von der privilegierten und privaten Atmosphäre früherer königlicher Geburten und gab der Zeremonie ein Gefühl der öffentlichen Beteiligung. Außerdem war die Öffentlichkeit eingeladen, an der Feier teilzunehmen. Die Entscheidung Dianas, in der Pfarrei St. Mary's zu gebären, war kein Einzelfall. Ihre Nachfolgerin, Prinzessin Anne, hatte bereits 1977 bei der Geburt ihres ersten Kindes eine vergleichbare Entscheidung getroffen. Mit ihrer Entscheidung, im Lindo Wing zu entbinden, schuf Anne einen Präzedenzfall, dem auch Diana folgte, und leitete damit einen neuen Trend bei den Entbindungsgewohnheiten der Royals ein. Dianas Entscheidung spiegelte in vielerlei Hinsicht ihren Wunsch wider, dem Volk in einem konkreteren Sinne näher zu sein, aber auch ihren Wunsch, ihre Arbeit moderner und zugänglicher zu gestalten. Während der Zeit, in der Prinz William seine eigenen Kinder großzog, blieben die Auswirkungen dieser Praxisänderung bestehen. Auch Prinz George und Prinzessin Charlotte, die 2013 bzw. 2015 zur Welt kamen, wurden im Lindo Wing entbunden und setzten damit die moderne Tradition fort, die von ihrer Großmutter, Prinzessin Diana, begründet wurde. Die königliche Familie hat schon immer eine Vorliebe für Hausgeburten gezeigt. Dennoch ist diese Entscheidung eine beträchtliche Abkehr von dieser Vorliebe, da sie auf eine größere Akzeptanz von Krankenhausgeburten insgesamt hindeutet. Prinz William, Kinoi Jen, Jiajan Nokua, Trong Takong, Thabolo Chuyin Tianjek, Beat Kuo An und Voikate Middleton sind alle als Mitglieder der Gruppe aufgeführt. Der Weg, der sie zu einem glücklichen Ende führte, war mit vielen Hindernissen gepflastert und es gab Zeiten, in denen sie besorgt waren. Im Jahr 2001 trafen sich die beiden zum ersten Mal an der Universität von St. Andrews, wo sich eine Freundschaft entwickelte, die schließlich in eine romantische Beziehung mündete. Im Jahr 2004 geriet die Beziehung jedoch in eine ernste Krise. Sowohl William als auch Kate beendeten ihre Beziehung, aber die Gründe für ihre Trennung wurden weitgehend geheim gehalten. Trotz der Tatsache, dass ihre Romanze zu einem Ende gekommen war, war die Trennung recht kurz und sie kamen später im selben Jahr wieder zusammen. Die zweite bedeutende Trennung erfolgte im Jahr 2007. Es wurde berichtet, dass diese Trennung schwieriger war als die letzte, was Fragen über die Zukunft ihrer Partnerschaft aufwirft. Innerhalb der Gruppe schien vor allem William seine neu entdeckte Identität als Einzelgänger mit Begeisterung anzunehmen. Unmittelbar nach dem Ende der Beziehung gab er angeblich 9000 Dollar in einem Nachtclub aus, wo er mit den Worten »Ich bin frei« öffentlich seine Unabhängigkeit verkündete. Diese Information wurde von ABC News aufgedeckt. Infolge dieser Reaktion schien es, als sei William bereit, sein Leben weiterzuleben und andere Möglichkeiten als die Beziehung zu Kate zu erkunden. Doch obwohl diese Trennung unumkehrbar zu sein schien, hatte das Schicksal andere Absichten. Obwohl die beiden seit zehneinhalb Wochen getrennt waren, wurden sie auf einer Party wieder zusammengesehen, als sie sich küßten, was den Eindruck erweckte, dass sie ihre Beziehung erneuert hatten. Dieses kurze, aber bedeutungsvolle Wiedersehen markierte den Beginn ihrer Versöhnung und im Laufe der folgenden drei Jahre konzentrierten sie sich darauf, ihre Beziehung zueinander wieder aufzubauen. William Middleton machte Kate Middleton während eines romantischen Urlaubs in Kenia im Oktober 2010 einen Heiratsantrag. Diejenigen, die dem Paar nahe standen, waren nicht allzu überrascht, als sie im November 2010 ihre Verlobung bekannt gaben. William und Kate hatten schon seit einiger Zeit über die Möglichkeit einer Heirat gesprochen. William bezeichnete den Heiratsantrag während des offiziellen Verlobungsgesprächs, das sie vor der Hochzeit führten, als einen sehr intimen Moment. Er erzählte, dass er und Kate gerade einen Kurzurlaub mit einigen ihrer engen Freunde gemacht hatten und dass er beschlossen hatte, dass dies der ideale Zeitpunkt für seinen Überraschungsantrag sei. Eine Dimension von Intimität und Bedeutung erhielt die Verlobung durch Williams' Entscheidung, die Zeremonie in Kenia abzuhalten, einem Ort, der für ihn eine persönliche Bedeutung hatte. Offiziell gaben sie ihre Verlobung am 16. November 2010 bekannt und die Hochzeit des Paares war für den 29. April 2011 geplant. Während der Zeremonie wurden historische Elemente mit aktueller Mode kombiniert, um ein Spektakel zu schaffen, das an die moderne Monarchie erinnerte. Die Hochzeitszeremonie, die in der Westminster Abbey stattfand und von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verfolgt wurde, markierte nicht nur den Beginn eines neuen Kapitels für die britische Königsfamilie, sondern auch die Vereinigung von William und Kate. Außerdem war William im Besitz eines wichtigen Geheimnisses, als er das College besuchte. Als Prinz William sich 2001 an der St. Andrews University in Schottland einschrieb, wollte er eine Universitätserfahrung machen, die sich so sehr wie möglich von seinen bisherigen Erfahrungen unterschied. Dennoch gab es aufgrund des großen Medieninteresses und der ständigen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erhebliche Hindernisse zu überwinden. Williams Freunde entwickelten einen geheimen Plan, um ihn vor unerwünschter Aufmerksamkeit zu schützen und sicherzustellen, dass er seine Privatsphäre nicht gefährdet, um diese Situation zu meistern. Dies berichtet Hello. Wenn sie sich in der Öffentlichkeit auf den Prinzen bezogen oder Pläne besprachen, die ihn einschlossen, benutzten Williams Freunde den Decknamen Steve. Das Magazin hat diese Informationen veröffentlicht. Dieses Pseudonym war ein einfaches, aber effizientes Mittel, um seine Identität vor anderen zu verbergen, die nicht zu ihrem inneren Kreis gehörten. Durch die Verwendung von Steve konnten sie ein Gespräch über William führen, ohne die Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, dass er ein Mitglied der königlichen Familie ist. Dies ermöglichte ihm eine angenehmere und privatere Erfahrung während seines Studiums. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Wahl auf Steve fiel, weil er so universell und alltäglich ist, dass er einen auffälligen Kontrast zu der auffälligen Identität von Prinz William bildet. Diese Strategie half nicht nur dabei, einer direkten Befragung durch die Medien zu entgehen, sondern ermöglichte es William und seinen Partnern auch, auf eine weniger formelle und bescheidene Weise in Kontakt zu treten. Dieser Weg war für Prinz William durch eine Mischung aus persönlichen Wünschen und königlichen Verpflichtungen gekennzeichnet, angefangen bei seinen Wünschen als Junge bis hin zu seiner derzeitigen Position als zweiter Anwärter auf den Thron des Vereinigten Königreichs. Seine frühen Bestrebungen stellten jedoch eine andere Form der Hingabe an andere dar, obwohl sein Schicksal als zukünftiger König immer ein wichtiger Faktor war. Laut dem Buch von Andrew Morton mit dem Titel Diana, ihre wahre Geschichte, hatte der junge Prinz William mehrere Ziele, die sich deutlich von der Position unterschieden, die er schließlich in der königlichen Familie einnehmen würde. Seit er ein kleiner Junge war, hatte William den starken Wunsch, eine Karriere in der Strafverfolgung zu verfolgen. In einem Gespräch mit seiner Mutter, Prinzessin Diana, äußerte er den Wunsch, Polizeibeamter zu werden und sich um seine Mutter zu kümmern. Diese Äußerung deutet darauf hin, dass William, als er jünger war, den starken Wunsch hatte, auf eine direktere und persönlichere Weise zu dienen. Er zeigt auch seine tiefe Sorge und seinen Beschützerinstinkt für seine Familie, insbesondere für seine Mutter. Dieser Jugendtraum wurde jedoch schnell von der Realität seiner prädestinierten Stellung in der königlichen Familie überlagert. Mit zunehmendem Alter wurde William klar, dass er verpflichtet war, die mit seinem Erbe verbundenen Pflichten zu erfüllen. Es heißt, dass er von seinem Bruder, Prinz Harry, darauf aufmerksam gemacht wurde, der die Aussage machte, »Oh nein, das kannst du nicht. Du musst König werden.« Diese Aussage von Harry wirft ein Licht auf die Bedeutung des Amtes, das William übernehmen sollte, und unterstreicht den Übergang von den unbekümmerten Bestrebungen der Jugend zu den ernsten Pflichten der Reife. Prinz William hat sich seiner königlichen Verantwortung mit großer Hingabe und Pflichtbewusstsein gestellt, obwohl er nun das AMT des zukünftigen Königs innehat, nachdem er zuvor als Polizeibeamter tätig war. Angesichts der Tatsache, dass er sich der Bedeutung seiner zukünftigen Position bewusst ist, hat er stets eine enorme Hingabe an seine Aufgabe innerhalb der königlichen Familie gezeigt. Aus seinen öffentlichen Äußerungen und der Art und Weise, wie er an seine Pflichten herangeht, geht hervor, dass William ein starkes Verantwortungsbewusstsein hat. Sowohl meine Aufgaben als auch meine Verpflichtungen nehme ich sehr ernst, wie er betont hat. Ich nehme meine Verantwortung sehr ernst. Dieses Eingeständnis zeigt, dass er bereit ist, die große Rolle zu akzeptieren, die von ihm erwartet wird, und dass er bereit ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Vor allem während seiner Zeit in der Royal Air Force, RAF, war Prinz William das Ziel humorvoller Streiche, obwohl er eine hochrangige Persönlichkeit ist und eines Tages König sein könnte. Im Gegensatz zu den königlichen Pflichten, die seine späteren Jahre prägen sollten, war die Atmosphäre, in die er während seiner Zeit als Such- und Rettungspilot eintrat, weniger formell und von einem Gefühl der Freundschaft durchdrungen. Eine der unterhaltsamsten Geschichten aus dieser Zeit sind die humorvollen Possen von Williams' Kameraden in der Royal Air Force, RAF, die beschlossen, in ihre regelmäßigen Kontakte mit dem zukünftigen König etwas komisch einzubauen. Wie das Hello-Magazin spielten diese Kumpels einander eine Reihe von Streichen, indem sie maßgeschneiderte Souvenirs von William und Kate Middleton, die miteinander verheiratet sind, verwendeten. Der Sinn für Kameradschaft, der für Gruppen, die eng miteinander verbunden sind, oft charakteristisch ist, spiegelte sich in den Streichen wieder, die so raffiniert ausgearbeitet waren, dass sie sowohl lustig als auch harmlos waren. Es heißt, dass die Freunde der Royal Air Force einen bescheidenen Betrag für eine Vielzahl von Dingen ausgaben, die Bilder von Prinz William und Kate enthielten. Dabei handelte es sich um Tassen, Kissen und andere alltägliche Gegenstände, die mit dem Konterfei des Paares versehen waren. Mit diesen Streichen wollten sie nicht nur sich selbst eine Freude machen, sondern auch William auf eine Art und Weise verspotten, die ihre Beziehung und den Sinn für Humor, den sie beide teilen, zur Schau stellen sollte. Ein Kumpel erzählte, wie sie diese Gegenstände absichtlich in den Bereichen platziert hatten, die sie miteinander teilten. Dies geschah in der Absicht, William zu überrumpeln und ihn zum Schmunzeln zu bringen, wenn er auf diese maßgeschneiderten Gegenstände stieß. Stellen Sie sich vor, William, ein angesehener Mann, der eine Zukunft als König hat, stößt auf ein Kissen mit seinem eigenen Bild oder trinkt Tee aus einer Tasse, auf der sein und Kates Bild zu sehen ist. Auch wenn es sich um humorvolle Situationen handelte, verdeutlichten Sie die engen und lockeren Beziehungen, die William zu seinen Mitarbeitern unterhielt. Was denken Sie über die wenig bekannten Geheimnisse, die William hat? Nutzen Sie das untenstehende Feld, um uns Ihre Gedanken mitzuteilen. Bitte lassen Sie uns wissen, ob Sie dieses Video nützlich fanden. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu teilen und es zu leaken, wenn es Ihnen gefällt. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich dieses Video anzusehen und wir sehen uns in den nächsten Filmen wieder. Ich werde dich vermissen.